Hallo, ihr Gärtner da draußen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin kolossal genervt von Babys und ich spreche nichts dagegen, viele Babys umzubringen, damit ich die nicht mehr sehe. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man Babys sinnvoll einsetzen kann. Ich mache LSD, was aus Babyleichen hergestellt wird. Viele von euch hatten mich angeschrieben und geschrieben und das wird sehr schnell, sehr heiß. Das Schittalter, meine Wurst kommt, was jetzt ziemlich chaotisch aussieht, sieht jetzt ziemlich chaotisch aus. Aber Mutter Natur wird hier das Best machen und das noch in einer Rekordzeit. Als letzter Schitt war ich noch bei den Nachbarn, die unglaublich viele Babys haben und nicht wissen, wohin. Und das Tolle ist, die sind mit ihrem Rasenmäher noch vorher drüber gefahren. Pürierte Babyleichen und Frostschutz kommt jetzt auf meine Pappe. Und die kann ich ohne Probleme hier nehmen. Immer wenn ich auf unsere Altpapiertonne schaue, schaue, ich auf unsere Altpapiertonne SSBO.